Also bei Luther suchen wir zuverlässige junge Menschen, die Lust haben, eine Ausbildung zu starten. Von Luther könnt ihr Erfahrung, Wertschätzung und Teamarbeit erwarten und unser Versprechen, hier kannst du dich entfalten. Ich wollte gerne viele unterschiedliche Sachen kennenlernen. Luther hatte die Möglichkeit, viele Rechtsgebiete zu haben. Man sollte sehr selbstbewusst sein. Viel in Deutschland reisen, aber natürlich auch mal was Internationales sehen. Der Einsteigertag, wir sind nach Köln geflogen. Ich und eine andere Azubine damals wurden da herzlich empfangen mit kleinen Schultüten und total nett, weil man wird zwar an die Hand genommen, aber man hat trotzdem dieses Learning by Doing. Also man sollte sich schon mit Computern ein bisschen auskennen und wissen, wie man telefoniert. Man sollte nicht scheu sein, mit freien Menschen zu reden und dann klappt auch schon alles ganz gut. Also die Kombi-Ausbildung unterscheidet sich darin, dass wir neun Monate lang Notariat machen. Also ich bin eine Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte. Halt einfach in beides einen Einblick zu kriegen, was ich persönlich auch sehr toll finde. Man wird wertgeschätzt und man weiß, dass man etwas Wichtiges ist. Werb Teil eines großartigen Teams und starte eine unvergessliche Ausbildung und wir haben noch Influencer.